Level 7. Die Adler-Festung. Mwahaha. Okay. Ähm. Schon ein Weilchen her. Schaut ganz nach vier Stockwerken aus. Okay, irgendwie rödelt mein Computer gerade rum. Ich glaube, das ist das Zeichen dafür, dass ich offen soll. Ach, ne, doch nicht. Okay, er lässt es sein. Ähm, okay, rechts war doch richtig. So, hüpp. Hüpp. Folgen wir der Linie. Wuh! Ähm. Hm. Hm. Hä? Okay, das hat bestimmt einen tieferen Sinn. Ah, wo? So. Tink. Doink. Geht das eigentlich? Nee, funktioniert nicht. Ui! Was bräuchte ich, die Kugel? Sehr mysteriös hier alles. Kugel? Ich hab so das Gefühl, ich bräuchte da drüben. So, erstmal hier aufziehen. Ach, genau. Ich glaub, ich erinnere mich wieder. Wir müssen hier irgendwas zum Einsturz bringen. Und das geht mit dieser Kugel da. Uah, shit. Also, nochmal. Drei, zwei, eins, go. Nein! Kann man die hier irgendwo hinbringen? Nein. Okay, das funktioniert komischerweise. Ein Teil der Macht. Du hast einen Teil der Macht halten. Spürst du die Energie. Bamage. Ahaha. Gib mir die Kugel. Kommt die eigentlich wieder hier hoch? Die kommt wieder hier hoch. So, was machen wir an das? So, so. Nyeee. Speedy. Oh. Irgendwie mag mich grad was nicht. Mein PC mag mich grad überhaupt nicht. Okay. Wenn jetzt ich... Moment. Vielleicht wieder. Chill. Ganz ruhig. Okay. Kann ich gut. Ich glaub, ich muss die Aufnahme hier unterbrechen. Das kann man nämlich gar nicht. Okay. In diesem Sinne muss ich schauen, wie es schneit. Vermutlich werde ich den Teil hier gar nicht mitkriegen. Okay. Ich unterbrech das Ganze. Jetzt funktioniert's wieder. Okay, ich unterbrech's doch nicht. Dann machen wir einfach weiter. Zerstören wir hier einfach alles. Vergesst, was ich gesagt hab. Irgendwie ist die Kugel grad wieder verschwunden. Oh, blöde Kugel. Schnell, 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 schnell. So. Kugel hab ich. Ähm. Waa. Map Map. Map Map. Map Map. Map Map. Und. Tada. Die Karte mit Start. Kannst du einen Blick auf sie werfen? Hm. Dann. Autsch. Dann das Aua. Ähm. Ja. Ich brauche diverse Dinge. Ja. Grandios. Ach so, komm mal auf die andere Seite. Stopp. Nein, nicht ich. Du. Jetzt. Geh halt. Drauf. Juh. Hm. Was ist denn das für ein Ding? Okay. Äh, sie ist mir leicht suspekt. Ah. Toll. Tolles Ding. Warum will ich den Eulenschnabel? Dann brauchen wir das hier. Ui. Geh jetzt sterben. Geh jetzt sterben. Negativ. Ähm. Ähm. Negativ. Ähm. Ähm. Genial. Ich hab's da drauf. Ich hab's da drauf. Wie? Ich wollte doch eigentlich springen. Ah. Dann kann ich jetzt aber weiter hier alles zerstören. Bam. Zerstören Teil 2. Nein. Ach. Das wär so gegangen. Gut zu messen. Ähm. Zerstören auf die andere Seite verlegen. Hui. Halt. Halt. Mitnehmen. Lasset mich in Ruhe. Okay. So. Wer spät er da? Ja, ich weiß schon. Ach, nö. Idee. Funktioniert das hier? Sind dann wieder auf Synchron. Die sind dann Synchron. Sehr schön. Kommt mal alle zusammen. Perfekt. Perfekt. Der Kompass. Ja, ja, ja. Ja, ja. Endbusse, Truhen und lustige Signale aus dem Hintergrund. 1, 2, 3, 6 Truhen. Ein Boss. Ähm. Hier kam ich nicht weiter. Genau. Ich habe ein Schild aktiviert. Das ist jetzt alles andersrum. Zum Beispiel schon mal, dass ich hier nicht mehr durchkomme. Dann komme ich auch nicht mehr durchkomme. Geh sterben. Wie töte ich dieses Vieh? Kann ich deswegen so betäuben? Hm. Interesting. Very interesting. So. Waaah. Aber ich kann gleich einmal zeigen. Komm her. Mistvieh. Ah. Ähm. Kill. Tja, so schnell kann es gehen. Du bist ein erstes wachiger Miniboss. Geh schon mehr. Geh bloß weg von mir, ey. Sonst gibt es Haue. Hink. Wow. Duoselgott schlägt zu. Ah, hier war ich schon. So. Dann. Kurz überlegen. Geh hoch. Ach nö. Töck. Töck. Ja. So. 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 Nicht runterfallen. Sehr schön. Man nimmt die Kraft dann über. Schleuder ist gegen dieses Ding. Mache alles kaputt. Und freue sich darüber. Sei weiterhin destruktiv und springe hier ein Loch rein. Nehme dabei wieder das Kraftanbarn, weil du wieder weitergehen musst. Zack. So. Sehr schön. Ach, ich muss wieder destruktiv sein. Okay. Und. Bäh. Stopp. Ach, ich komm nicht hin. Ähm. Shit. Ja, so macht man es schon mal nicht. Ich besetze nun. Äh. Eine Bombe. Genau eine Bombe. Komme ich hier eigentlich? Funktioniert das? Nö. Wie zu ehrlich komme ich eigentlich zurück? Nein. Ich fühle mich leicht verarscht. Nein. Das bringt mir auch nichts. So. Nein. Hallo? Muss ich da jetzt echt runter springen? Okay. Ich brauche meine Kugel. Ich brauche meine Kugel. Nein. Nein, 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 nein. Ich will mein Schild behalten. Apropos Schild. Ah, sehr schön. Apropos Schild. Genau. Mit dem Spiegelschild. Kannst du Strahlen blockieren und zurückwerfen. Na? Spiegelschild. Ich bin so toll. Ich habe ein Spiegelschild. Habe ich eigentlich einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. So. So. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel.